Hallöchen, das Schnitzel hier. So, ja, was machen wir heute in diesem Video? Ganz einfach, es handelt sich wieder um ein Schmink-Tutorial. Im ersten Video haben einige von euch unten in die Kommentare geschrieben, dass sie Latexmilch nicht so gut vertragen und ob es nicht eine andere Möglichkeit gäbe, Narbenwunden oder sonstiges zu modellieren. Und da habe ich mir gedacht, so, du hast noch ein bisschen Nasen-Kit, benutzt es doch einfach mal. Ja, und das habe ich hier gemacht. Wie ihr zu diesem Endergebnis kommt, werde ich euch einen Schritt für Schritt, Step by Step zeigen. Alle möglichen Materialien, die ich dafür benutzt habe, werdet ihr wie immer unten in der Infobox finden und ja, jetzt wünsche ich euch dann viel Spaß beim Video ansehen und vielleicht viel Erfolg beim Nachmachen. In diesem Sinne, so, jetzt hier, mach Video. Hopp. So, wir fangen dann an, indem wir ein bisschen Nasen-Kit hier rausnehmen. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Und das kneten wir jetzt erstmal durch. Das Nasen-Kit an sich werdet ihr nicht in diesen Döschen kriegen. Die habe ich mir bei DM für 5 Euro oder was war das, geholt. Das war ein Set, so ein Reiseset, wo es auch die Fleshing gibt und halt auch diese Spatel dazu. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Wir kneten das ein bisschen durch, damit es weicher wird. So, wir suchen uns dann eine Stelle an der Hand, wo wir das hinmachen. Und dann, die meisten drücken es gerne immer an der Seite mit dem Fingerplatte. Ich finde das total kompliziert und durch meine Fingernägel, naja, mache ich da mehr kaputt als sonst was. Von daher nehme ich dann diesen wunderbaren Spatel und drücke das da. Wenn das dann einigermaßen platt gemacht ist, das geht schon so. Ein bisschen das überschüssige, äh, ein bisschen das überschüssige abmachen. Zur Not den Spatel gerne wieder zu Hilfe nehmen. Und dann nehmen wir unseren rustigen TV-Paint-Stick-Make-Up-Gedönse. Ihr könnt auch Concealer nehmen oder halt anderes Flüssig-Make-Up, damit man das ein bisschen tontechnisch angleichen kann. Und das machen wir jetzt auch. Jetzt muss natürlich ein Schnitt rein. Den kann man entweder mit einer Schere machen oder hier mit dem Spatel. Und ich nehme dafür immer gerne meinen Nahtrenner. Den nehme ich auch, wenn ich mit Latexmilch arbeite, weil das eigentlich am einfachsten ist. Und weil dadurch die Wundränder ein bisschen ausgefranster aussehen. Okay, ist jetzt hier wahrscheinlich dann gleich nicht der Fall. Aber, äh, wenn ihr mit Latexmilch arbeitet, Nahtrenner ist einfach super. Wenn ihr dann einigermaßen zufrieden seid mit dem, was ihr da so befallen ist, modelliert habt, dann kommt ein wenig Farbe ins Spiel. Ich habe hier wieder die üblichen Verdächtigen, also Aquacolor von Trou-Olan, ein bisschen was dunkleres, ein bisschen was schwarzes. Dann nehmen wir uns ein bisschen Wasser, einen Pinsel und malen. So weit, so gut. Kommen wir zum Feinschliff. Ich habe hier immer dieses Zeug kleben. Yay! Und zwar kommt jetzt wieder das altbekannte Pro-Line-Blut zum Einsatz. Man kann hier auch noch ein bisschen mit Scratch-Boot arbeiten, das ist jedem selber überlassen. Man kann hier zum Beispiel leichte Fäden ziehen. Ich kann das dann auch erst demonstrieren. Ich stelle raus. Damit man das am Kaffee reinzieht. Und dann... Und dann nehmen wir einen anderen Pinsel und tauchen den in die Flasche mit Kunstblut. So. Sieht doch schön eklig aus, oder? Wenn man noch was an den Seiten haben will, nimmt man sich einen Stoppelschwamm oder Strukturschwamm. Okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Wie gesagt, weniger ist manchmal mehr. Ich halte mich nicht immer in dieser Regel. Ja, damit seid ihr eigentlich auch schon fertig. Das ist das Endergebnis. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Vergnügen beim Nachmachen. Einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem wann ihr das Video guckt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.